Moin, Kirsten an, ja, auf euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid voll auf. Ich büße euch hier zum letzten Video von mir im Jahr 2021. Ich wollte mich einmal für den ganzen Support bedanken in Form von Abos, in Form von Kanalmitgliedschaften. Ich danke jedem Einzelnen, der reinkommentiert hat, der mir ein Like dagelassen hat. Ich werde nächstes Jahr definitiv weiter YouTube machen und noch einmal von ganzem Herzen Kuss. Vielen Dank, weiß ich sich wirklich sehr zu schätzen. Kommen wir zu den Runden. Wir haben hier einmal eine Time Master und eine normale Crewmate-Runde. Es waren wie immer Wenger-Runden. Was kann ich noch mehr sagen? Und Leute, falls euch das Video abgeholt hat, würde ich mich noch einmal sehr darüber freuen in diesem Jahr, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lassen könntet. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr. Haut rein, Kinders. Peace. Ich hoffe doch. Hi, Master. Ah ja. War leider echt nicht so die gute Runde von mir. Und Franz mit dem Großen. Oh. Gehe ich da jetzt nicht hin? Hm. Es gibt heute kein Wein. Warum gibt es denn... Lia, wo Wein? Eins in Chat, wenn Lia heute Wein trinkt. Zwei in Chat, wenn Ansgar nach A stinkt. Wie sind die beiden Richter da? Soll ich die Leute mal abpacken? Die ganze Zeit in den Camp campen? Franz kommt hoch. Okay. Bart, sag nichts, sag nichts, sag nichts, sag nichts. Ich war's. Hä? Okay. Ja gut, dann wollen wir dich jetzt schauen. Warum soll ich jetzt nicht sagen? Moment. Okay. Wir sind ja wirklich Imposter so. Bart, sag nichts, ich war's. Ich bin nicht Imposter. Ja. Hörst du mich aus? Ich hab sie wegen Movement getötet. Ist mir leid. Sie ist dreimal stehen geblieben. Jetzt ernsthaft? Ja. Also, warum machst du denn sowas? Du musst dich doch mal anpassen, der Player Base. Ich bin ihm hinterhergelaufen und hab geguckt, dass es Marvel nicht geht. Ja, ich weiß nicht. Aber warum hast du dann nicht auf mich geschossen? Ich bin auch sehr verwirrt. Nee, also sie ist nicht so viermal stehen geblieben. Was denn? Da ist so eine Sabotage angegangen währenddessen. Ich hab nur nicht mitgekriegt, was du sagen möchtest. Tut mir leid. Ach so, nee, bei dir ist alles cool. Bei dir ist alles cool. Warum? Ich helfe der Crew. Was los? Ich bin gerade von unten von O2 nach oben gelaufen. Timmit hat über mir gekillt. Ich bin ihm noch ein Stück hinterher gelaufen, weil ich dachte, vielleicht ist es ja Morphling. Ja, ich kann's. Ich kann's auch. Ja, ich kann's auch ein bisschen erklären. Also, Tiki stand so vor O2, ist kurz stehen geblieben. Dann hab ich meine O2-Aufgaben gemacht und dann war sie oben Elektrikel reingelaufen, obwohl sie vorher schon so O2-Elektrikel war. Du kannst auch einfach Jekyll sein oder halt selber Imposter und halt Siebener-Jekyll. Wir können uns ja nicht sicher sein. Lass einfach, Bart, ich bin bei dir. Lass einfach Timmit rausvoten, weil dann sind wir uns sicher, dass wir den Imposter raus haben. Nein! Ihr könnt mich aber drinnen lassen, Sheriff. Nee, katsch. Ich helfe euch dann auch. Vor ganzem an. Oder ein Jekyll. Macht mal nicht. Lass den Sheriff drin lassen? Ja, stimme ich zu. Einfach mal dieser. Vielleicht hab ich auch den Jakal getötet. Man weiß es ja nicht. Das könnte sein. Oder du bist Jakal. Oder. Ja, aber wenn ihr jetzt den Sheriff rausvortet, dann ist er auch gut. Das ist ja auch der Movement, stimmt schon. Es gibt ja eine Menge. Dann schieß mal lieber auf mich, Timmit. Aber vielleicht nutzt du das auch einfach als Play. Weißt du, das nutzt du vielleicht auch aus. Oder ich werde einfach gegesst vielleicht. Oh. Wir haben einen Nice Geister. Ich bin Nice Geister. Echt jetzt? Echt? Wirklich? Nein, Quatsch. Caro, danke für deinen Rollout-Bitz. Küsschen aufs Nüsschen. Der ist doch auch super ruhig. Wenig Kills gefallen ist der Terse, läuft ihm hinterher. Was ist das wirklich Terse? Ah, da wird kein Tasken, oder? Ah, da wird kein Tasken. Haha. Hallo, hallo. Okay. Ihr könnt jetzt beantworten. Entschuldigung. Nein, warum nicht? Er hat ein Kind. Ich bin Time Master. Schild ging an. Er ist allerdings halt zurückgespurt worden am Tisch. Deswegen hat er einen Button gedrückt. Deswegen habe ich mich zu links, zu ich, verpisst. War das der andere? Haben wir einen Warlock, maybe? Ui. Weil ich dachte, was? Wenn Warlock ist, wieso kannst du... Hä? Nein. Chantau steht gerade an Simon Says. Kann Warlock sein, aber... Warlock, aber... Gibt es die Warlock? Gibt es die Warlock-Master-Interaktion? Ja, gibt es. Ich bin safe, kein Imposter oder Jacky. Tim Horus, Jeff, Parzival und ich waren gerade an Coms und sind gelaufen. Hahn ist ebenfalls gelaufen. Hahn ist so nicht ganz... Ja, aber Hahn kam aus dem Office raus. Ich habe dich nicht Moven sehen, Franz. Hä? Alter, dann wüsste ich doch jetzt nicht, dass Hahn links aus dem Office raus ist, wenn ich mich nicht bewegt hätte, oder? Also es war... Aber Bart, warum, wenn du... Was? Es war ziemlich sicher Hahn, der Time-Master war, der an mir halt getimeistert wurde. Okay. Ja, aber wen hast du denn... Wen hast du denn gecrossed? Weil ich glaube, du warst einfach der Kill und versuchst dich jetzt hier zu retten. Ich habe Tim Horus gecrossed. Aber warum steht der nicht nochmal rein bei dir, Hahn? Ich habe... Ich bin ja selber zum Button gelaufen. Ja, ja, genau, das ist es ja. Ja, ist doch egal. Ich habe mich ja von dir wegbewegt. Also... Egal. Wen hast du gecrossed? Tim Horus? Tim Horus habe ich gecrossed. Franz ist mir vorbeigelaufen, als ich hier im Stein stand. Und... Nee, das muss in den letzten fünf bis zehn Sekunden... Ja, ich wollte sagen, das muss in den letzten maximal zehn Sekunden gewesen sein, weil ich bin direkt links rüber, habe nur den Upload gemacht und dann ging es schon kommen. Ja, dann ist es Bart oder Tim Horus. Nein, bin ich nicht. Aber Tim Horus ist gerade gelaufen. Warum bin ich das denn jetzt schon wieder? Tim Horus ist gelaufen. Ja, ja. Tim Horus ist gerade gelaufen. Er hat doch nur die Leute gesagt, den er gecrossed hat. So, und wenn er jetzt einen auf Mordling macht... Äh, nicht auf Mordling, auf Warlock. Aber ich stehe ja noch an, komm's. Oder wartet, ganz kurz. Ist jemand anders Timemaster oder nur, damit wir die Option raus haben? Nein. Ich bin Timemaster. Oh nein, das geschwört nicht Timemaster. Das hat er mir erst schon gesagt. Wer ist es? Ja, ich weiß nicht. Geht's jetzt auf Flesk auf Timemaster. Dann würde ich einmal Bart jetzt ausmachen. Ab geht's schon. Trotzdem Bart. Das ist halt leider ein Mieting. LOL. Ja, okay. LOL. Okay. LOL. Oh mein Gott, das ist Crank. Was, reib halt fort. Woher wusstest du die? Ich reib halt noch mit. Das ist halt Anlaki. Hey, was, wenn wir jetzt noch so anladen? Du wusstest ja nicht, dass ich Ingenieur bin, ey. Oh, let's go. Oh, voll. Anlaki. Ja, gut. Da machst du die. Level up? Level up. An up. Ja, weil Timit ja so gemein war, ey. Der hat ja direkt... Sorry. Ich hab wirklich nicht sabotiert. Ich war ein bisschen brainer. Und wisst ihr was? Ich werde erst so ein Poster. Wie geil ist das denn? Nice, oder? Schön. Ja, vielleicht doch nicht. Und wieso hab ich keinen Sound? Was bin ich denn? Hab's jetzt nicht gesehen. Das ist doch nicht euer Rattenernst, oder? Ach, hör da auf, Alter. What? Das ist ja... Das ist ja... Die Höchststrafe ist das. Niklas würde mich nicht erst zur Runde direkt umbringen, oder? Pferde untieinander. Schwarz. Ja, mach du. Mhm, 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 mhm. Oh, nee. Och, nee. Freunde der indischen Brotsuppe. Ähm... Also, ich hab Anfang der Runde mit, äh... Gurke gefueled. Wir haben rechts aufgefüllt. Und dann bin ich mal zu Licht gucken gegangen. Und als ich jetzt weiterfuelen wollte, liegt der in Storage. Und ein wildes Voldemort, wo kamst du her? Äh, von unten hoch, äh, bin die ganze Zeit mit euch rumgelaufen. Ja, ich weiß... Hab nicht gefixt, da war noch, äh, Hahnemär mehr dabei. Und dann haben wir oben bei Camps abcheckt, und da war der erste dabei. Irgendjahr, noch kurz an Camps, äh, 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 wir sind da, ich glaube, zu 4. oder zu 5. in, äh, electrical rumgeraten. Aber als ich in electrical rein bin, bist du rechts noch vor der Tür rumgestanden? So negativ. Hm, okay, dann bin ich blöd. Dann hab ich keine Interesse. Was? Was noch? Steuerstand AFK eine Zeit lang rum, über der Pylone, zwischen Storage und electrical. Nö. Ich bin direkt in den Wettbewerb und dann nach der ersten Tast, ne? Ja, ne, du bist am Anfang los, und, äh, wo ich hoch bin zum electrical, äh, bist du, äh, quasi... Zuerst noch ein bisschen... Nee, äh, sorry, sorry, ja, ich hab da oben die Tast gemacht, dann hab ich die Pylone zwischen Electric und Storage gemacht, ja. Aber AFK war jetzt herumgestanden. Wir hatten das Licht gefixt. Wollte mal. Mit mir. Ich war da, da war da. Der war noch dabei, der erste war dann vier, später. Ich war links oben, ja, da hab ich auch kurz angesehen, der in Auto runter ist, ja. Ja. Kannst du mal ganz gut sagen, wo genau die gleich liegt, äh, ganz genau? In Storage. Ja. Ja, je nachdem, wie... ... die alte Kill ist, könnte da... Ich könnte schwören, dass die Treuer nicht an der Pylone stand. Also, der Kill muss, während wir rechts hoch aufgeführt haben, gegen Licht aus, und dann muss Gurke da reingelaufen sein. Also, der muss quasi während Licht noch aus war gefallen sein, denk ich. Der erste? Äh, da kann den Haar nicht wahr sein. Guck, guck mal. Ja, ich denke, ich bin nicht wahr. Genau, danke. Ich hab nicht nach dem Stream-Kit gefahrt, weil es sieht ja ein bisschen unordentlich aus hier. Die Scheiße. Kommt sofort ein neues Chat. Eine Sekunde. Ich glaub, ich hab's gerade per DM bekommen. Oder? Ich hab nicht gesehen, wer das war. Da sind X-Chimera. Orange. Ich seh so wenig. Leute, lass den doch mal drauf machen. Ja, yeah. Wieder Wollmord. Aha. Da war bei mir ein Weapons drin, ich war in der Weapons-Task. Ich hab da noch Hahn gesehen, mehr hab ich nicht gesehen. Hahn ist raus bei Weapons und muss Ugo-Logs dann noch begegnet sein, dann müsste er das bestätigen können. Und das war's. Mehr hab ich nichts zu sagen. Wer ist das der... Ja. Wo weiß er genau? Weapons, glaub ich, oder? For Communications. Also Plex hier würde ich für den Kill rausnehmen, also ca. 8 Sekunden ist er alt, der Kill. Okay. Ich war ein Russ-Plässer-Simon, also ich war oben bei der Rakete, also ich war bei der Rakete, sondern im Laboratorium ist es, glaub ich. Und dann bin ich schon da zu... Ja, die kommt bis zu mir, äh, geklostet, deswegen würde ich dich auch für den Kill rausnehmen. Und der Kill nochmal? For Communications. Wer meinte gerade mit, äh, die kommen, geklostet, hab ich das gerade nicht gesehen. Ich, ich. Äh, die Story, warum bist du nur durch, äh, specimen durchgelatscht? Du bist ja vor mir nicht, ich hab die, ich hab die, ich hab die Zahlen-Task gemacht und dann bin ich direkt wieder hoch. Okay, gut, die geht relativ schnell, deswegen hab ich das nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, dass jemand reingeht und denkt dann so, hä, warum ist hier niemand als lights auswarnab. Ja, ich hab nur die Zahlen-Task da unten gehabt und im Lab hab ich, glaub ich, drei oder vier Tasks gehabt, deswegen. Ähm, okay. Als das Licht ausgegangen ist, bin ich aus der Tue unten rausgegangen, hab die Tür aufgemacht, da kam mir Frede entgegen. Und da bin ich halt darum wieder oben raufgelaufen. Aber theoretisch hätte ich den Kill auch gemacht haben können. Na, ich, ich skipp hier noch, also. Niemand skippt dann, oder? Hab ja gar keine Anmerkspunkte, ne? Keine Ahnung. Ich, 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 ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. I have no clue. Voldemort ist für mich ein bisschen sass, weil ich hab ihn jetzt auch zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Kann sein, dass er in Weapons da war, aber ich gehe davon aus, dass er ein Postation hatte. Ja. In Talomani-Boo 98. Willkommen. Pro Weihnachten. Wart mich so ein bisschen warmt. Ausdruckt da in Telekomleitung. Der erste sagt auch die ganze Zeit nix. Ich bin so zufrieden. Ja, ich brech die Aufgabe jetzt nicht ab. Ist eigentlich okay, wenn ich früh sterbe. Wir sind so viel... Schwarz haut ab. Wir hauen alle ab. What? Wir hauen alle ab. What? Schwarz, ich bin so viel... Wir machen auch mal. Schwarz, ich weiß. was ich kam aus baseman da ist der raum rechts unten davor habe ich die force im lab gesehen ja ja das war ja das war unabpro unab Dann traut dich gerade rein Das ist auch richtig asozial von dir, Junanana Ehrlich Ich glaube jetzt, Frede Weil Junanana hat sich auch wirklich komisch bewegt Und bei Licht aus ist er von O2 weg Und Voldemort auch Aber Licht schon an Das könnte auch sein, dass ich gewollockt bin Weil ich bin von dir Mit dir von O2 Richtung Office gelaufen Aber nicht zweimal Also nein Das war Junanana Ja, und Plexio Ist 33 Sekunden alt Ja, ungefähr Für den Kill kann ich Vulkie rausnehmen, als der Kill gefallen Und zwar bei der Lifeline Aber ihr trollt gerade rein, sag ich mal Ich hab dich definitiv nicht getötet Ja, aber du bist der Einzige, der mich zweimal gecrosst hat Kann gut sein Wie lange waren denn die Kills auseinander, Frede? 6-7 Sekunden Voneinander? Ja Ja, doch Das kann nicht sein Wir wissen uns gerade unten Erst unten Richtung Also bei Weapons und Coms gegnet Und dann gegen Ende Storage unter Storage Oh, dann kann das Vulkie gewesen sein Obwohl der den Kill nicht gemacht hat Aber ich glaub trotzdem, dass es sich unanleitert ist Das reicht mich vor Deniz hier auch Und der andere ist wahrscheinlich entweder Vulkie oder Voldemort Also ich bin Security Guard, könnt ihr auch unten sehen, weil unter Links unter Office ist jetzt gerade eine neue Band zugemacht worden Aber wo noch? Das sind Vulkie und Voldemort Äh, Mary Wersel, ich hab keine Band zugemacht, ne Dafür mach ich noch nen Button, oder? Ja, oder? Ja, oder am Ende Korn ist natürlich Und dann bist du raus, Hörer Okay, gut Dann machen wir's Wenn ich jetzt so spät Ich bin Detektiv Ich hab die Reime abgesucht nach Leichen Wenn ich die zuerst reporte, finde ich den Kill Aber der letzte Kill, den ich gefunden habe Ist leider Gottes zu alt gewesen Äh, um zu bestimmen, wer es war Danke Dann würde ich jetzt hier Vulkie wurden Ja Lass mich nur das Äh Aber ich kann's sagen, ich bin Nice Gesser, ich hab Vulkie gegessen, als ich will Gesser Ja, okay Gut, auch mal da, du musst ja nicht geworben Okay Warum hat er mich denn nicht die Gäste? Ich komme an den Platz, weil ich mir ja auch, warum ich dann nicht Gäste wurde Auch Kann ich dir genau sagen Ich bin Nice Gesser, Voldemort wurde Dann entweder hat er sich vergesst oder er wurde gegessen Da, wo Vulkie und Frede die ganze Zeit gesasst werden von Hahn Habe ich einfach auf Vulkie, äh, Dings gemacht I will Gesser Gar keine Wolle, ob er sich vergesst hat Also, ja Glaub ich erstmal an der Stelle Wir müssen jetzt trotzdem geworben Aber ab jetzt habe ich keine Ahnung, wer es noch sein könnte Ja Destroyer Wen hast du denn geworben? Ich habe Vulkie schon geworben gehabt, aber ja, der Worte ist ja sowieso weg Okay, also haben wir insgesamt 6 Votes Mini, gib mir den Grund, dich nicht zu worten Ja, weich mir, okay, hab ich geworben Ja, keine Ahnung, also Kannst du einfach sagen, guck, du bist klein oder so, aber da kommt ja gar nichts, ne? Das ist ziemlich fast Die Frage ist ja, welche Rolle hat der zweite Imposter? Ich habe keinen Gott mich jetzt vergessen, deswegen Ich würde da gar nicht vergessen, wenn ich du wäre Ich würde da einfach voten Ach ja, 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 perfekt, ne? Geil Aber warum? Keine Ahnung Ich bin jetzt der Erste, ich habe eine Nebelmaschine Das ist das also Ihr habt den falschen Nebel rausgeschossen Das habe ich jetzt nicht verstanden Hallo Denise Na, wie ist es dich? Ich glaube, da sind noch zwei Killer drin Wobei, ne, kann ja nicht Außer Wer war das? Stabbel war das, ne? Mit dem Ers Nice gesetzt ist das Frohe Weihnachten Super Ey, Felsam Nochmal vielen ihm Dank, ne? Da müssen wir jetzt mal eben ganz kurz auf Also da müssen wir mich mal echt ganz kurz Ante deinen Arm greifen Du hast meine Aufmerksamkeit Ich habe Stabbel reportet Und der hat doch gerade einen Nice-Guess-er Geclaimed, oder? Ja Der ist gerade an mir zerschossen Dann haben wir einen Warlock Wurde auch noch Sheriff Ja, nee, Sheriff kann er ja nicht sein Weil er wurde ja ein Nice-Guess Also, oder andersrum Er hat, er hat ja, ne? Er hat ja gesagt, er wäre Nice-Guess Ja, er wäre Nice-Guess Ja, gut Es könnte ja auch sein, dass der Sheriff dachte, dass der Den Play macht, dass, ähm Na gut Der, äh, der, äh, der, äh, der, äh, der, äh, der war gut Hä? Er ist halt Uncam umgefallen Han ist irgendwie dran vorbeigelaufen oder irgendwie sowas Hat wahrscheinlich geguckt, wer rechts am Reaktor war, aber Ich habe jetzt keine Kill-Animation gesehen Du warst Uncams, ne? Ja Ja, dann bist du's nicht Wurde auch völlig nach raus, aber wer ist... Und Destroyer hab ich, glaub ich, noch nicht gecrossed, oder? Ja, aber wer... Also, ich muss sagen, ich... Ich muss sagen, ich... Ich kann zu der ganzen Runde jetzt mal gar nichts, äh, sagen, weil ich grad, äh, auf Cover, also auf Toilette Bis grade eben Ja, äh, okay Ja, okay, also Cross hab ich jetzt eh nur noch Mini Ich hab links mit ihm gefixt Beziehungsweise ich bin da hingelaufen und da war's schon gefixt Ja, genau, genau, aber dann hast du mir noch 2000 entgegengekommen Oder du wissen, wer das gerade war Ich hab den rechten Reaktor gefixt und bin dann nach links gelaufen zu gucken Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich niemanden von euch gecrossed habe, außer Mini Und deswegen wurde ich sie jetzt hier auch Ja, wurde mich halt Okay Hab ich Ja, reicht euch das nicht, GeForce, äh, Destroyer und Fredder, also Äh, Story, Story, Sorry, 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 Sorry Keine Ahnung Ich denke, es ist vorbei, wenn nicht, keine Ahnung Hallo Brecheisen, moin moin, und vielen Dank für den nächsten 5. Monat, kurz und frohe Weihnachten, wesentlich Viel Spaß mit Weihnachten, Mods Ah, sehr gut, Han Oh, Vampire, okay Das war nicht mal Warlock Ich dachte halt auch Warlock Ich dachte halt auch Warlock, ne